Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Heute in der Videobeschreibung der Gamer-Gott. Auch ein Abonnent von mir, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung, ne? Schön vorbeigucken. Äh, was? Achso, noch eine Info für die Leute. Leute, stellt mal bitte, äh, euer Abo, äh, öffentlich, weil sonst, weil ich kann in meiner Chronik nicht lesen, wer oder was mich abonniert hat. Daher, oder gebt mir halt eine Meldung. Ich kann das ja kontrollieren, ob ihr mich abonniert habt oder nicht. Also daher, sagt da mal Bescheid, ne? Dann könnt ihr euch, könnt ihr euch auch verlinken. Wäre schön, wenn ihr auch mich in eure Werbung mal mit einbeziehen würdet. Ansonsten, ja, was gibt's denn eigentlich noch so? Facebook und der ganze Bullshit. Ist ja alles unten verlinkt. Auch mal vor meinem Freund, der Herr DreamTags. Der macht seit neuestem teilweise auch ein oder das andere Video. Kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist Schnellreise, bla bla bla. Aber wir gucken nochmal hier. Der Herr DreamTags, der macht mittlerweile auch ein paar Videos ab und zu. Tja, würd ich auch gerne mal wissen. Dreh die Scheibe, dreh die Scheibe. Meistens ist auf der Unterseite irgendwas. Nichts, 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 nichts. Nö, ja nicht. Dann gehen wir zurück. Gehen wir mal ins Lager, haben wir irgendwas? Hm, na, hm, hm, ne. Bergungsgut, gucken wir nochmal auf was ausrüsten. Und zwar das... Pistole. Die kann man gut noch auspisten. Nachherzeit verringert ein wenig Modifikation, aber... Am Abzug erhöht die Frequenz, die schon... Okay, verringert den Rückstoß. Schalldämpfer. Na, ne, praktisch. Haben wir was am MG? Okay, da haben wir schon alles ausgerüstet, was möglich ist. Ach komm, nehmen wir den Pfeil. Was haben wir denn hier? Explosionspfeil. Nimm mit, wenn wir genug Material haben. So. Äh... Da lang. Au, heiß. Ach, das ist der Wind. Ich hab schon gedacht, hier tut jemand Staubsaugen oder sowas. What the hell is going on in this game? Schnee? Alter, wir waren im Sommer. Oh. Und ich befürchte, da oben müssen wir definitiv nach oben, äh, hin. Und dann gehen wir mal. Du Bitch. Bitches knallen. Nein, natürlich nicht. It's getting on. Wetten die Brücke stürzt ein? Wetten sie stürzt ein? Nö, 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 nö. Die stürzt ein, oder? Nein, nein, bitte! Du Hurensohn. Warum tun sie das, Messias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende. Kimiko ist sehr gefährlich, Messias. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin. Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Der ist verrückt. Nein. Wo kommt der her? Fuck. Die wollen mit aller Gewalt, dass Sam die Nachfolgerin wird, so wie ich das jetzt sehe. Denn darum hat auch der Blitz da eben eingeschlagen. Kimiko weiß davon. So, nach unten. Das tut er doch nicht. So, Lara, Sprung! Error, bleib da. Oh, nach oben geht's wohl nicht weit. Ich will mal nach oben. Ich... So. Haben wir da noch irgendwo was? Nee. Achso, da geht's nur noch da unten. So, zack. Nochmal hoch. Der Felsenseer sieht auch geil aus, so wie der vereist ist. Finde ich auch ganz geil. Hm, 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 hm. Oh, Schnee. Okay. Okay. So, ich denke mal, wir müssen da die Tür aufmachen. Hm. 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 Das müssen wir irgendwie hier mit aufkriegen. Genau. So. Ich habe eigentlich gerade nur rumprobiert, aber ich meine natürlich Pro Gaming. Ich habe das sofort gesehen. Ich wollte nur wissen, ob ihr das auch wisst. So, dann geht's dahin. So, warten auf die Anzeige. Äh... Ah... Halt! Kommt das Magma her! What the fuck! Wow! Okay, okay, okay. Ich würde... Scheiße! Okay, soll... Gut, wir stehen Gut Nein Ja, ich glaube, da ist jetzt jemand endlich vernünftig geworden Unsere liebe Reyes Nee, ich dachte, da liegt noch was Scheiße, Alter Oh Das wird aber krass jetzt langsam Crazy shit Muss ich da an dem Gitter hoch? Ja Nicht einbrechen Gut, danke Himiko dreht durch Nein Nach unten Jetzt sehe ich es erst Oh, Reifen Auf den Schoß von Himiko Hä, was? Hä, was? Das ist Stein S-T-I-E-N S-L-L Na, jetzt Hopp Sag mal Verarschen So, nochmal Wohin? Ah, da Warum Lara auch immer springen wollte Man kann doch hier ganz einfach rum Neues Lager What the hell Kein Tagebuch Kein Tagebuch Es geht weiter Boah Ich will gar nicht aufhören gerade Weil ich das gerade einfach nur so geil finde Da, rechts Der Schnee wird immer schlimmer Boah Nein Okay Heilige Scheiße Ich komme da hoch Himiko Kannst du sagen, was du willst Du hältst mich nicht davon ab Meine Freundin zu retten Und ich sehe gerade einen Wolkenstrudel da oben Oh, große Königin Durch alle Mühsal Bringe ich euch das Gefäß Strömt hinein Und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an Strömt hinein Und werdet wiedergeboren Strömt hinein Und erwachen Was Scheiße Krank Alter Lara Lauf Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte Jetzt kommen Die Spasten auch noch Deine Mutter wird zur Königin Das ist meiner Meinung nach Definitiv der Endkampf What the hell Der Arsch, ey Der hat's echt geschafft So Plan Nummer 1 Na Error Anvisieren Decken, Decken Ja, ja Sonnenkönigin Sonnenkönigin Oh, ja, ja, ja Da darfst du überhaupt nicht getroffen werden Du bist sofort weg Noch jemand? Nein Was Alter Alter Ja Nein Alter Krank Einfach krank Boah Gut, aber ich ärgere euch jetzt Wir haben unsere 15 Minuten erreicht Und daher mache ich wieder einen Folgenschnitt Und wir sehen uns in der letzten Folge So wie es aussieht In Folge 45 Bye bye Arschgewei Hey ho und willkommen zurück Nach diesem Video auf der Endcard Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für Profit LP Also für mich Du kannst jetzt auf meinen YouTube Channel gehen Und dir weitere Videos angucken Oder mir auf Twitter schreiben Kritik Und so eine ganze Bullshit Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten Was jetzt hier nicht eingeblendet ist Das ist Google Plus Aber der Link ist unten Und Skype auch Schau mal vorbei Ich freue mich über dein Kommentar Abo oder sonst irgendwas Würde mich freuen Und würde auch meinem Kanal helfen Wenn du und auch andere Leute Meine Videos weiterhin sehen wollen Und ja, vielleicht überlege ich auch mal Irgendwie mal Livestream zu machen Oder auch nicht Ich weiß es noch nicht Gut Stay tuned Und wir sehen uns dann im nächsten Video Wenn du dabei bist Und wir sehen uns dann im nächsten Video 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 Und wir sehen uns dann im nächsten Video